Wir sind heute hier in Zürich, um den Teufelsstein zu überreichen, den Preis für Unsinn-Transport. Dieses Jahr konnten die Leute über ein Online-Voting abstimmen, welches Produkt, welche Firma das bekommt. Dieses Jahr gewöhnt das Fiji-Wasser der Firma Trivargen. Man muss sich vorstellen, so ein kleines Fläschchen Fiji-Wasser kommt von der Fiji-Inseln, mitten im Pazifik, 22'000 Kilometer, bis es hier in der Schweiz in unseren Kaufhäusern ist. Das ist natürlich ökologisch absoluter Unsinn. Man muss sich vorstellen, so ein Fläschchen Fiji-Wasser trinken verursacht mehr als 12'000 Mal mehr CO2-Ausstoss, als wenn man einfach die gleiche Menge Wasser trinkt, beispielsweise aus dem Brunnen oder aus dem Hanna-Wasser. Fiji-Wasser in der Schweiz, das ist exemplarisch für den Unsinn-Transport. Und jetzt gehen wir hier hinten zum Firmensitz der Trivargen und überbringen Ihnen den Preis, den Teufelsstein für das Fiji-Wasser. und überbringen Ihnen den Preis. Und jetzt gehen wir hier hin. Und jetzt gehen wir hier hin. Und jetzt gehen wir hier hin. Und jetzt gehen wir hier hin.